so heute geht es weiter mit der neuen bus simulator wieder acht halte stellen landwirtschaftszone drei stellen und die industrie zone ok ok so die strecke ich würde eigentlich gerne mal einen neuen bezug gucken würde ja beziehungsweise nicht in neuen bezugs normalen bus hier gucken was so ein gelenk bus kostet die kosten noch immer was kostet der hier 420.000 für uns auch 100.000 142 das heißt den verkaufen war hier den gucken wir mal kann ich den nicht kaufen ach level 12 erst scheiße level 9 und level 12 kriege ich die erst gekauft scheiße okay dann ist es so scheiße gut ja angestellte müssen wir gucken was wir fahren wir jetzt auf eine andere strecke wir gucken jetzt mal durch was wir so noch offen haben so warte mal bus zu weisen Fahrer zu weisen Strecke 4 näher ok das heißt wir können gar nicht erst weg wir wechseln ok dann krieg ich dir jetzt nur neuer ja bitte und du du fährst den bus jetzt auf der strecke und du fährst jetzt auch eine neue strecke warte mal Strecke 4 Strecke 9 doch Strecke 4 ist richtig so und du fährst jetzt diese strecke mal ok gut so und dann fahren wir jetzt die strecke zum heuschober müsste eigentlich diese sein ja und dann fahren wir mit unserem bisschen wir machen wir noch wieder eine neue strecke Linie 10 sind wir jetzt mittlerweile ja glaube ich euch leider können wir erst mit level 12 und den gelenk bus freischalten mit level 9 kriegen wir noch einen anderen bus aber ich hab ja mit dem hier ich bin eigentlich ziemlich zufrieden ah vergesst halt lauter musik natürlich doch wer hört ja Musik ach du bist das hier tut mir leid ich mach's leise ja was achso hier ist die Fahrkarte ja will ich gar nicht wissen na klar so alle verkappten so schön riesen so so nächster halb zuckerfabrik so 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 steigt kommt jetzt dazu noch oder will die nicht ne will ich ok ich muss jetzt hier links abbiegen so ich kann das wochenende kaum mehr warten ich auch nicht blöd dass das montag ist also die folge aus dem mittwoch aber ähm gut aber dann soll ich mir ein bisschen von mir nehmen ist ja aber noch nichts los ne ich will viele Fahrgäste hier ich weiß nicht ob ich mit dem Fahrrad nicht doch schneller wäre hallo du kannst doch gerne mit dem Fahrrad fahren das interessiert mich nicht keiner zweck dich mit dem Bus zu fahren zum glück ist bald sonntag so jetzt mal ein Forschungslabor komm zum glück ist w zum glück ist Hier ist wieder mal sowas mehr los. Ja. Danke. Eine Fahrkarte. So, Tag. Senior. Oh, da sitzt ein Marienkäfer auf meinem Knochen. Bitte was? Wo ist die von meinem Bus? Da sind sie vier rausgegeben. Da sind wir auch schon bei sie leben. Senior. Das ist Puttbaugasse. Jetzt habe ich das nächste Gebiet, das Industrieviertel. Ja, das Landwirtschaftsviertel. Das ist hier das Industrieviertel. Ja, ja, ich fahr zu schnell. Das ist mir schon klar. War gerade zu drüber, das ist okay. 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 So, jetzt haben wir hier rechts gleich. Links habt ihr ja zumindest auch noch die Karte. Also da wie vorne. Hafengebiet Podemba. Ah, noch. Aber keine Werbung. Jetzt kann man wieder auch keiner aussteigen. Dann fahren wir jetzt hier ohne Wohlmein durch. Oder es ist nichts. Das heißt. Äh, du bist hierhin gefahren? Die nächste da hinten müssen wir durch. Ich will die Vorfahrt nehmen. Das heißt, das ist die Kläranlage. Das ist die Kläranlage. Oh, scheiße. Können wir was im Bus vergessen? Guck mal, wo ist denn der? Ich muss... Scheiße, 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 scheiße. Genau, du hast was vergessen. Oder wo ist denn der? Hä, ist der Fahrgast? Scheiße. Ah, da hinten. Scheiße, die Verspätung. Das tut mir nicht alles für einen guten Zweck. So, Wasseraufbereitungsanlage, also Kläranlage ist die nächste Haltestelle. Oh, jetzt hat er Kläranlage. Oh, jetzt hat er Kläranlage. Ich denke, ich koche wieder, die Vergangenheit. Ja. Einzelstandard 2. Danke. Oh nein. Mein Akku ist schon wieder leer. Ne, blöd. So. Zentrallager, Endstation. Ha, Jetzt hat er schon. Entschuldige. Oh nein. 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 Na komm. Ist das anders schon wieder rot? Ne, wir wollen warten. Ich frage mich, was die Leute immer sehen. Was für ein Huhn. Oh, Schweresonne. Was? Ich bin nicht denn hier gelandet? Endstation. Bitte alle aussteigen. Mhm. So, alle aussteigen. Tschüss. Ciao, ciao. Zuerst du mal, dass keiner seinen Scheiß hier im Bus liegen lässt? So, dann habe ich mal das jetzt sonst nie, weil da endlich nochmal was passiert. Okay. So, wiek es. So, wenn ich nicht, denn ganz laugh. So, dass ich nicht nicht in den Augen. Und wiek es heute auch wieder. So, dass ich jetzt nicht in den Augen. Oh, ich kann nicht in den Augen. Ich kann nicht in den Augen. So, jetzt einfach mal also, dass ich nichts versuche. Also, wenn ich nicht in den Augen. So, jetzt ist mir ein Herz. Schwerenst du mal kurz 되어. Und ich werde mir nicht in den Augen. Sollte jetzt wieder ewig, bis er wieder hier weiterkommt. Sehr nett. So. Die Oma, dass man über die Straße geht, damit sie nicht... damit wir die wieder 20.000 zahlen dürfen. So, wo muss ich jetzt hier lang? Die Linkse, oder was? Ja, hier. Hm, ich hätte es gehen gefahren. Aber es war mir jetzt ein und rein gefahren. So. Neutral, Motor aus, Anonze, Lichter aus. Perfekt. Kann ich wahrscheinlich nicht für einen neuen Bus. Na, nicht ganz. Gut. Gut, gut, gut. So, dann haben wir das auch erledigt. Und dann geht es weiter mit dem Schreckplaner. Aber die auch halt durch. So, Strecke löschen. Die wollen wir ja nicht mehr anbieten. Dann nehmen wir die mal raus. So, habe ich die nämlich nicht mehr bedient. Die untere fahre ich selber. Gut. Haben wir noch irgendwas? Was haben wir müssen? Mit maximal 10 Haltestellen. Ordne mindestens ein Fahrrad zu. Und wähle ausschließlich Erdgasbusse. Ah, ja. Mit jetzt irgendwie Bus. Ah, ja, ja, ja. Gut, das dauert auf jeden Fall. Das sehen wir dann mal in der nächsten Folge dann so ein bisschen an. Ja. Ja.